Der Zirkel des Merlin Er bündelt deine Energie und hilft dir, neuen Zauber zu meistern. Hier wirst du die Zauberkunst erlernen. Wenn du eintrittst, gibt es für dich kein Zurück mehr. Soll ich dann lieber vorher pinkeln gehen? Um auf Nummer sicher... Ich kann's noch halten. Ich bin Balthasar Blake. Zauberer des 777. Grades. Und du bist ab jetzt mein Lehrling. Krass.